runde rein an an twitch auch gerichtet an alle zuschauer die jetzt in den einzelnen zu schauen aber auch an die streaming kollegen ich in choice momentan sehr wieder als als community als kollegen untereinander coole projekte am start bringt und auch wenn die spiele aktuell nicht so geil sind und zum teil sehr ausgenutzt dass wir trotzdem zusammen geile sachen anstatt dass ich euch momentan mega okay los geht's keine geile map das mit dem gespiegelt ist auch sehr eklig habe keine gespiegelte map trainiert und ihr wisst gespiegelte maps liegen mir leider auch nicht so ist ein kacke was ist man ich gebe mein bestes müssen 36 runden selbst wenn ich die ersten drei am stück verlieren sollte ist das kein genick bruch weil es kann alles aufgeholt werden aber jede platzierung ist wichtig man muss auch nicht auf kampf jedes mal erster sein tatsächlich ein coin ist weg sehr gut gut guter start aber seit der anfang ich nehme die abgezogen hier bewusst nicht finde ich auch katastrophe noch immer keine blaue auch was ne eklige banane wie die da rumliegt also what the fuck kraft euch jungs noch ne eklige banane jemand rückt mir da auf die pelle auch ein bisschen auch ein waluigi man sieht sehr viele waluigi's sick vorsprung vorsprung ist lit alter chillig nice wir wollen uns nicht zu früh freundschaft nicht zu früh alles ruhig wo sind die blaue der blitz schade jetzt wenn jetzt die blaue kommt habe ich halt probleme wenn coins mitnehmen wird groß kommen sehr gut der abstand ist gigantisch alter absolut geiler start so sind da los alter an die gepennt oder was wie wichtig 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 ist ich nicht marx stark also nicht letzter wieder funktioniert und weiter geht es das hat so eine strecke da kannst du auch mit guten fahren nicht so viel durchsetzen tatsächlich ist so ist ein bisschen random weil die so leicht ist tatsächlich so open ist so weit open noch keine dings abbekommen richtig richtig und müssen auch immer mitnehmen ein getroffen schade ein guter dürfte schade drei bananen auf dem ersten wenn mehr aber höchstwahrscheinlich trotzdem abgenommen gefahren gut gefahren alter let's go bisschen lucky ist auch alter ich krieg bis jetzt keine rote was so dumm boi was okay Let's f***ing go! Not even close! Wichtiger Blitz! Wichtiger Blitz! Nein! Ich bin sofort gebrochen! Lady! It's okay! It's okay! It's okay! Oh my Christy! Denny! Denny! Denny aufgerissen! Max Achter! Raft dich! Geiler Drut, alter! Viel Glück, Jungs! Viel Glück! Digga! 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 So! Ich bin Glück, Chat! Hypo Reapers! Okay! Es waren enorm geile Starts! Die ersten zwei Runden! Scheiße! War nicht so gut der Start! Dafür konnte ich leider gar nichts! Aber das ist auch nicht schön! Das ist das Problem, Chat bei... Bei dem Moped! Da bist du halt von jedem umgewichst, ne? Bis da! Ähm... Bei dem Moped! Da bist du halt von jedem umgewichst, ne? Da! Oh! Oh! Stich! Kein guter Start! Aber es ist fein! Was ist mit Miki los, alter? Der bleibt da einfach stehen, oder das? Ich werde so gefickt, alter! Ey, Junge! Ey, Junge! Da darf man mal verkacken! Aber es war nicht mal verkackt! Es war halt leider sehr viel rumgeschubst! Yo! Ich bin letzter! Okay, wir müssen ein paar Punkte gut machen! Dann wurde ich halt durchgereicht! Das ist ein Momentum! Aber was passiert? Das ist Mario Kart! Das ist nicht gut! Digga! Are you kidding me? Bro! Wie wurde ich durchgereicht, bitte? Oha! Bro! Ich wurde noch nie so durchgereicht! Reicht in einer Runde! Bro! Illegal auf der 12! Ich wurde so durchgereicht! Oh mein Gott! Ewig! Aber weiter geht's! Rein in eine Masse! Geben wir unser Bestes! Das ist echt eine Scheiß-Map leider! Finde ich! Ja, das ist jetzt mal ein guter Start! Gucken wir mal, was wir jetzt draus machen können! Einfach hohe Platzierungen sind gut! Die dritte war jetzt leider... Äh... Wasted, ne? Tatsächlich! Die war halt nix! Wie hitze mich, Jonas? Wie bitte hitze mich, Jonas? Oh mein Gott! Oh! Nice! Actually, nicht schlecht! Oh mein Gott! Nice! Actually, nicht schlecht! Jetzt kommen wir erstmal chillig... Wir hatten jetzt in allen Runden keine für den Blauen, ne? Tatsächlich! fliegen warum blitz ist eigentlich ganz chillig aber du bist leider auch nicht so viel gebracht da muss da noch eine für den blauen kommen sonst habe ich probleme meine route darf ich dafür nicht was weiß was hat gewahrzeit um mich noch erwischt der kleine wichser du kleiner wichser jetzt nochmal sicher jetzt fucking go ne jonas das ist nicht deine map es ist nicht so hart der abstand montag auch echt gut punkte also diese eine zehnerrunde das ist halt eine katastrophe ne seine zehnerrunde bricht mir ein bisschen genick also zehnter platz darf auch echt eigentlich gar nicht sein aber das war echt worst case szenario gefühlt zwei menschen bis weg die jahre mit direkt auf 10 das ist gut mhm donation ist nicht sogar wichtig wichtig und richtig alter der ganze chat ist voll beliebers chat let's go medial da auf hat zwei meine fünf blauen das ist kacke das ist sehr beschissen wichtig wichtig ich habe die leute ja ja blut das muss nichts heißen wir haben ja letztens auch online gespielt wie es auf fresse gekriegt aber meine map dann zu scheinen baby ja wie jemand den start verkackt da ja geht's ja geht's ja geht's das ist nicht schlimm digga du bengel alter hier friss was müssen wir mitnehmen dann hier sehr gut am fahren ist fein mund ist halt gerade sehr bedrohlich du bengel alter man für den blauen ja der auch verdient und deswegen ist das meine map jungs setzt euch hin ganz klar ganz klar es ist geisteskrank oh 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 ist einfach das grauen die blaue was denkst du ja der blau dass wir drei rote die grünen die nur eingewochen das habe ich getroffen ich habe so standardmaps einfach so wo es einfach easy zu fahren das wissen was meine weil du halt nichts nicht viel durch eine anführungsstrichen gutes fahren durchs nicht durchsetzen sondern wie wer ist das wettmachen kann es einfach auch jungs nicht schubsen ja das ist das problem da ist das problem ich dachte es werden natürlich letzter zwei pilze machen dass da wieder gut wird das ist eine dreckige bombe und ja gut was geht es ach diga das ist kacke scheiß map das ist so kacke der geist hat mir geklaut da war ein geist wie unlucky ist das denn bitte okay nein nicht okay max wts max wts also du holst mich nicht noch ein du hast du hast mich einfach hausgenommen ich fasse es nicht max solution pain auf ersten und zweiten wie gesagt nichts entschieden der erste cup war zwar sehr stark gespielt aber das reicht bei weitem nicht also müssen hier echt noch ultra gut performen ach diga werde ich da geschobst ach diga werde ich da geschobst ach diga werde ich da geschobst krass dann wieder gut dabei hat auch gut pilze geprägt same as me Nicht gut gefahren Okay Hm, wollte ich nicht mal Alter, Willi, rück mal rein Guck mir ja mega auf die Pelle, whatfuck Keine Coins, alter, das ist nicht so geil Da komme ich tatsächlich gar nicht so gut durch Da muss noch eine für den Blauen kommen, das wäre insane wichtig jetzt Ich muss sie wegwerfen Das ist wack Gg's Erster, zweiter, dritter Gg's Das Gute noch bei Danny ist, er hat halt noch nicht so viel Vorsprung von dem ersten Cup Wie gesagt, alle Caps werden zusammengerechnet So, weiter Ja, ist nicht so eine geile Map, tatsächlich fahre ich nicht so sehr Aber, mal gucken Nicht so geil, dass ich den Schad bekommen hab Okay, eine grüner Marsch, ist okay Keine Münzen Was zum Digger, jetzt hab ich meine Protection Ey, man Weil ich in den Drift gegangen bin Hat der Controller das als vorne registriert Der Peach Controller, alter Fuck my life Fuck my life Fuck my life Das geht so nicht, Digga Ey, mein Gott, Digga, komm schon Und Fuck off blau Oh mein Gott Lucky me Ich kotze so ab Ich kotze so ab Egal, Dritter ist gut Dritter ist fein Für Gesamtpunktzahl ist das fein Immer mal ein bisschen Ich darf halt nicht zu weit nach hinten abschüften Ich hab dich weggeknallt, Micky Danny ist auch sehr gut auf der Map Hat er auch trainiert Digger fuck off, alter Are you kidding me? Was war das denn, alter? Good fun Was zum Fick Was war das denn Oh Münzen Was war das für eine Scheiße? Ich pack's nicht, alter Wie schlecht! Oh Gott, meine Maps So verkackt Das ist Much Das war nicht gut Was zum Nein, 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 nein Oh Digga, was? Oh mein Gott Alter, Danny spielt echt gut auf einmal What the fuck Das ist fucking Mario Kart Was soll man machen? Was willst du tun? Das ist schon noch extrem viel gespielt, Chat Was war nicht mal zwei von sechs Cups? Das ist alles noch der Anfang Mich hat erstmal abgewürgt, mankettin Was hat das für einen Schubser, alter Was hat das für einen Schubser, alter Konzentration Konzentration Nicht zehn Jahre Okay, die Bombe war Okay, die Bombe war echt Sehr nice Abgeblockt Sehr, sehr wichtig Auch Richtig und wichtig Chat Jawohl Ich bin schon wenigstens noch da Jonas ist halt auch noch dicht hinter Jetzt darf halt keine Blaue kommen, alter Die ganze Zeit kam gefühlt keine Blaue in den Runden Jetzt kommt eine Blaue Ey, Digga Bröte Ach, Motherfucker Komm schon Komm schon, Baby Komm schon Komm schon Komm schon Was hält dich hinter mir? Nee, Jonas, so nicht Richtig A, Alter Geht besser Einen reines Tisch Geräte Denny auf dem Laufen Hämmer 4 mal Hallo Ich tue mich nicht Matt Denkacken Die meisten Wege auf der Map Daarmee kenne ich tatsächlich auch nicht weil sie was sie so am smartesten zu nehmen ist ich habe nicht mal ein schiff bekommen die kacke wenn der nie nach hinten wird werde ich richtig pisst auf jonas jonas und ich lass uns so machen keine protection war vielleicht nicht ganz so smart von mir nein jonas wird mir so die rot reindrücken weil er da reingefahren ist aber die bitte mir auch reindrücken verpiss dich ich weiß nicht wie uhr das war aber ich dachte ich experimentiere mal ein bisschen was jetzt passiert legge situation und let's fucking go ja und jetzt kommt was hast du für eine map genommen hast du mich aber mit einem drei grünen gilt ja okay ich bin die letzten müssen sie jetzt hier als platz aufschreiben dann auch noch eine map die ich generell nicht so geil finde und dann gespiegelt schwierig mal gucken mal gucken kann man vielleicht doch noch was man bei die anderen solution hat halt ihr ein bisschen vorteil der hat es ein bisschen spielt er hat ja auch das spiel auch schon lange mario kart der weiß das schon ein bisschen wie es abgeht ja oft gespiegelt ich nehme den koin auch noch dreckig 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 das penner gerade auf dem map gefallen alter gespiegelt ist so ein bauchschmerz chat glaubt ihr mir dass das bauchschmerzen das kacke ich hätte ich hätte die pilze usen sollen aber der abstand ist gut den habe ich gar nicht gesehen pain ist halt auf map gefahren das hat ihm was das doppelgeschenk ich sehe nichts ich bin stunde lang gestand das ist kacke der kacke blitz und dann noch ja das ist sehr sehr ich weiß nicht ob das gierig war oder feiner guess denn die muss einfach weit hinten sein das ist jetzt wichtig wohl denn hier und dings pain nehmen sich gar nicht so viel von den points in den point unterschied tatsächlich das war so schlecht von mir gespielt oh mein gott sich gegenseitig noch eine rote nein egal dritter einer hat mich nicht mehr ein gut drei rote chat ich hätte nicht wegwerfen dürfen das war lost egal denn hier ist ganz weg der sie da unten das ist random das gewürfelt das ist würfeln wer hier erst damit leider gefettfingert ganz doll gefettfingert was habe ich denn da gemacht gerade was zum fliegt nee das kann ich so rein es ist so random es ist so giga random ich bin so fest gebrochen 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 ich bin so gebrochen ich bin so gebrochen ich bin so gebrochen wie random war das chat wie oh mein gott ich sehe die banane nicht drei grüne drei grüne schade aber für das ok es kann viel viel schlimmer werden bei baby park als rave und pain of noch wichtig war scheiß baby park ok viel glück ja mit der map kann ich auch nicht so viel anfangen erst recht nicht aufgespiegelt also fahrrad also normal geht es eigentlich ein paar abkürzung mit pilz nehmen aber spiegel ich liebe es wenn leute abwürgen 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 einfach damit gepackt coins mehr haben auf tasche kommt da an du bist alter oh mein gott ich jetzt beide nicht ich fasse es nicht als ob er mich so dreckig mit einer grünen erwischt wie lucky am besten war das geplant das war dreckig alter chat das war richtig dreckig die grüne ich weiß nicht ob mir auf dem dreckig das ist vielleicht in der mich so ich weiß nicht wie ich weiß nicht wie ich weiß nicht wie ich weiß nicht wie die ich weiß nicht wie ich weiß nicht wie Nein Gott, ich kratze ab Jawohl, Danny wenigstens noch mitgenommen Danny wird nochmal durchgereicht Von Sydney, natürlich Fuck, was tue ich da? Sehr gut Sehr gut, sehr gut, sehr gut Wichtig Richtig Richtig, wichtig Let's fucking go Nice Wichtig und richtig, ganz genau Nein, 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 nein Warum jetzt, warum jetzt, warum jetzt Du Hurensohn, welcher Du mir Hurensohn hat mich abgeschossen Ich denke nicht Das war ich den Scott, das war ich Ja, mein Junge Schade, die Gelle Again, this map Also wir erinnern uns, das war meine schlechteste Map bis jetzt Im gesamten Turnier Diesmal gespielt, mal gucken, ob wir es besser machen können Konzentration ist da, los geht's Links rum, ne, war das Ja Wie hast du gespiegelt so sehr Gute Items Sehr gute Items Und Latze auf den zweiten Geiler Typ Einfach mein Ding fahren Diesmal nicht so durchgereicht werden Einfach, dann läuft das schon Ja Mann, ich habe mir Angst, Drecksviecher Nicht kirrig werden jetzt mit den Items Genau so lassen, wie es ist Ist das ehrlich, Latze auf den zweiten? Ist ja ganz schön zick Voll gewichst werden Das ist ein Moment, Chat Den findet man auch einfach geil Punkt Wenn die Tröte einfach mal eine blaue vernichtet Punkt, Ende, aus Das ist einfach mal ein Feeling Das kann man so nicht beschreiben Das ist auch einfach geil Punkt Das ist das clean Das muss ich gewinnen Das wäre, das wäre einfach nur verdient Wenn ich das gewinne Das ist verdient gut gespielt Aber baby Die blaue mit der Tröte weg, alter Oh mein Gott, was? Ja, das war alles gut Sehr gut gefahren Oh Gott Das ist so schlimm Es ist so schlimm Dieses Mittelfeld ist so schlimm Es ist so schlimm Sehr gut gefahren Ich hasse diese Map Das hat Monte noch am Anfang angekündigt Wählt immer die gleichen Maps aus Damit wir keine Abwechslung haben Good luck Die Map war gerade aber echt satisfying Schön mit einer blauen Äh, schön mit einer Tröte Die blaue abgewehrt Das ist auch einfach geil Ich glaube, ich nehme mal Münzen mit Für den Anfang Oh mein Gott Weil ich geschubst werde Das war es schon wieder Wenn am Anfang dieses Momentum reinknallt Dann ist du ich meistens Aber wir gehen natürlich nicht auf Und wir brauchen natürlich auch Gute Platz hiervon Oh wie spät Spät respawn dein Münzen, alter Okay Oh scheiße, was passiert denn hier für eine Kacke Schade Ich wollte so landen, Chat Dass die Goombas mir die Dings weg Denken Die Rote wegdenken Man kann tatsächlich so landen Aber das geht ja auch schwer Keine Ahnung, welche arme Seel ich da Mit der Banane durchgereicht habe Aber Der hat keinen Bock mehr Da kommt eine blaue Dann ist auch schon Marcel Los Ach, fuck Marcel, alter Snackt ihr mir noch alle Münzen weg Wie frech Pfff, das war ich nicht Der braucht jetzt nicht so auf sauer zu machen Geil, 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 geil Geil, geil, geil Punktende aus Das war auch einfach gut Punkt Marcel, das war ich nicht Ich will nichts sagen Ich war das nicht, Marcel Die Grüne Ja, Digga Ja, ja Da ist er Ah, entspannt Monte Elfter Halt's Maul Ausziehen können Einfach gespiegelt, alter Gespiegelt ist echt Kotze Das fühlt sich einfach nach Bauchschmerzen an Oh Gott, was war das denn Für ein Scheiß-Drip Wie dumm Die Lost auch einfach Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Wie man die Map ver... Fuck Wie geht das gespiegelt? Guck mal, Jonas weiß es auch nicht Ich wollte ihn nicht hinten damit Hab ich auch nicht gemacht Also ich hätte gekonnt Aber wollte ich Absichtlich nicht Will meine Protection behalten Ist auch die bessere Entscheidung Tatsächlich Scheiße, der Drift Spielet, alter Verwirrender Bullshit So fährt man das Okay Jonas hebt sich seine Rote auf Müssen wir uns merken Ja, Jonas Ja, Jonas, nicht geht es jetzt Jonas, sehr stark Jonas, rückt mir auf die Pelle Chat Aber gut GG's Schön Mann Noch nie erlebt Noch nie erlebt Das gerade was passiert ist Ey, Legenda Mit wem ist man Kann man die Hälfte? Viel Glück Okay Schon wieder die Map Vorhin Was war ich? Vierter oder sowas Ist okay Geht besser Geht schlechter Let's go Mit dem Roller Bin ich die echt noch nicht So gewohnt Eigentlich mag ich die Map Sehr, aber Wie mit dem Roller Ist es jetzt nicht so Prickelnd Das hast du jetzt nicht Gemacht, Digga Wer ist dieser Arsch? Das war Max Ich fass es nicht Max ist so ein Wichser Ich guck nicht nach hinten Äh, nicht nach vorne Ich dachte auf Protection Guck ich mal so Was so abgeht Unter mir Nein, nein, nein Bro, bitte nicht Willi Bitte, bitte, bitte Bitte mach nicht den Gott, was war das denn? Schlecht Ich hab so ein Willi Auf den ersten und zweiten Chili Doch Och, Digga Ah Ah Digga Ja was Jetzt holt ihr nicht Das Doppelgüch Fass nicht Nicht so chillig Aber hier ist halt Drei Pilze Immer, immer Ganz, ganz, ganz Wichtig Ach, Digga Ach, Digga Das ist eine Piss Das ist eine Pissrunde Das ist eine unbelohnende Pissrunde Ne, das ist Das ist eine unbelohnende Pissrunde Fuck, ich brauch jetzt Drei Pilze Ganz, ganz, ganz wichtig Oh mein Gott, nein Jetzt aber Das ist unbelohnt Okay, dafür, dass es so schlimm war Das fünfte Okay Komm, Marcel Zeig mal Ich will den ersten Platz sehen Ja, Digga Komm, Marcel Ich mag die nicht Ja, wieder mute So Abfahrt Ja, Geschenk bekommen Ist fein Das ist kackegelaufen Oh, steck's nicht drin, Chat Unbelohnt Die Map, leider Ohne Pilze Das war dumm Dass ich das geschenkt Was zum Fick Das ist krank Das ist krank Bitte, Jonas Feuer sie nach vorne Ja Trotzdem kacke Jetzt will ich keine Geschenke Oh mein Gott Jonas Mach keinen Scheiß Jonas Jonas Du bist so So ein 30er, Alter Als hätte er drauf gewartet Das zu tun, Alter No joke Habe ich schon seit Zwei Stunden Einen Coin, Alter Ey Er hat so random Oh mein Gott Sydney hat die so random Geworfen Die Feuerblume Und sie trifft mich einfach Ey Ich fass es Oh mein Gott Jetzt hat sich mal Jonas getroffen Kacke Du bist so ein Komm bitte Lass mich jemandem treffen damit Was soll das? Habe ich meine eigene Feuerblume Habe ich gerade meine eigene Feuerblume getroffen Ein älfter Das war kacke Oh mein Gott So eine kacke Oh, Marcel hat wirklich gezeigt Alles easy Alles easy Mal wo ich go Ich spiele mit kuriosen Eitern Ich darf auf keinen Fall geschubst werden Dann ist alles easy Alles locker Raff dich, ja Was soll ich machen? Ich habe ja gesehen, was passiert ist Ich wurde auseinandergenommen Jetzt haben wir Glück, Chat Deswegen ist das meine Map Fuck, let's go Das haben wir geübt Ich bin so ekelhaft, Alter Ich bin so ein Sweater Oh, oh, bremsen Und Gas geben Stark Stark vom Gasbrunner Oh, das war knapp Das war richtig knapp Oh mein Gott Ich habe Doppelprotection weggeworfen Wie dumm Oh, ich habe wieder Doppelprotection bekommen Entschuldig Oh, ist das clean Ich fahre nicht die Abkürzung, weil ich nichts sehe Zieh nicht mal hier die Map Perfekt Wie viel Abstand habe ich Und keine Abkürzung Einfach rein Das war so geil gespielt Das ist meine Map Banger Wichtig und richtig Pain, Digga Ich hasse Pain 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 Weil ich mir jetzt die Münzen snacken kann Was sind meine Triple Banane auf dem ersten Chillig Das ist nicht optimal Aber es ist vollkommen fine Was jetzt schon Jetzt kommt eine blaue Are you fucking kidding me? Jonas, keine Abwöcker Reich von ihm Sehr gut Sehr gut durch den Wald Das ist wichtig Der Wald fuckt nämlich am meisten ab Ich sehe nichts War gewixt Eine zweite blaue Zwei blaue Ich habe gedrückt Ich bin fest Fuck you Egal Jonas Jonas nicht offen Hier darfst du keinen Wünsch haben kriegen Ja okay Machst du nicht Aber Hier ist Pfeife übel insane Max Ja Ich habe ein kleines Problem Bei der Map Ich bin ein scheiß Roller Das ist mein Problem Oh ich glaube da hat jemand Dings bekommen Ich glaube da hat jemand Mein Dings bekommen Mit Schatten Oh not sure Aber ich glaube Keine Ahnung Wie ich da gerade Weggetrötet habe Aber Ich glaube dieser jemand Ist Diger pisst Ich weiß nicht wer es war Chat Ich habe keine Ahnung Aber ich glaube Das hat gut zornig gemacht Alter Die Tröte hat gerade nicht so gut geschmeckt Glaube ich für denjenigen Wo ist der Shake Bro Guter Vorsprung Den Pilz kann ich ja actually use Der ist big Der Vorsprung ist lit Komm jetzt aber Mal richtig Den Vorsprung ausbauen Und das Ding zumachen Bis langsam aber sicher Müssen wir den Kapp mal zumachen Chat Rakete Irgendjemand hat Schicksalsschlag Rakete überlebt Und es ist Danny Der fucking lucky Luke Alter Ich fasse es nicht Ich fasse es nicht Was er für ein Glückspilz ist Ich fasse es Bis zum Verrecken nicht Wie kann man nur so lucky sein Wie Danny Alter Jetzt kriegt er sogar Mein Doppelgeschenk Ne Kann nicht so lucky sein Wie Danny Geht nicht Kann nicht so lucky sein Wie Danny Danny ist der größte Glückspilz Ja tatsächlich Er spielt nicht mehr sein Mii Ich mich reinfauen Bro Das wird chillig Was lads du wieder auf dem zweiten oder was? Komm schon Das muss nicht sein Wir drei Hm Vielleicht für den Boost Lieber gehen sollen Das war nicht so smart Aber ist okay Was zum Fick Mach ich da? Schon wieder Ist mir passiert Immer im Drift Werft die Bomben aus Das sie nach vorne Wie sensibel Registriert ist das Alter Ist ja mega annoying Ich hab keinen pinken Drift bekommen Komm komm Bring mir das erste Mal auf Madras Bist du den Sieg mit nach Hause Keine blaue Ich bin grad hier roten nach vorne geworfen Okay chillig Da ist der zweiter Ja Egal Wenigstens auch vierter geworden Digger mich hat noch die blaue geholt Digger Digger Egal Digger 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 Ich bin echt so geil Weil ich nicht immer ein blau der hinter mir ist Nice GG Achso Geht weg Digga Digga Das gibt's nicht Achso Oh Hatten wir auch noch nicht die Map Da geht ja auch vielmals für den Prime Let's go chat Wir müssen eigentlich nur noch weiter gut performen Ich darf halt nicht abstürzen jetzt Wenn ich Top 3 bleibe für die gesamten Cup Immer mal wieder Top 3 oder Top 5 ist mindestens alter Immer mal wieder Also unser Top 5 dürfte ich nicht so oft kommen Das wär kacke Nein die langen Burst leider Boost Burst Penis in die Banane gefahren also der arme Was hat denn der da auf dem zweiten? Eine Feuerpflanzer oder was? Das sind ganz schön böse Bananen Muss ich auch mal sagen Hier damit niemand das Doppelgeschenk bekommt Ah ne blaue alter Jaaa Ich hab eigentlich noch Danny Danny mach keinen Scheiß Ok damit bin ich fein Kein Leland Was? Schon wieder nicht Das ist so geil Eine für den blauen Wie zum Teufel hat der die abgeblockt? Hat gerade Dings die kaputt gemacht für ihn? Nein Fuck my life Alter Was zum? Okay Mildes game Wirklich ganz schön Digist Mildes Digist 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 Was? Das wusste ich gar nicht Hey Jungs eine Bombe Wenn die Platzkanne blaue zerstören Das wusste ich gar nicht Krassig Ich wollte gerade fragen wer hat Wer hat getrötet für mich Ich dachte ich dachte auch Dings Sidney hat für dich getrötet Aber das war die Bombe von dir selbst Aber wer ist denn abgezogen finde ich echt schwierig Puh Puh Oh kein Scheiß Danny Das war unendlich dumm Jugo Zehns Habgift Geiler Typ Wann wenn man da jetzt unbedingt freifahren wollte? Die hätte ich nicht nehmen sollen Das hätte ich erkennen müssen Tatsächlich Das war dumm Aber jetzt muss ich die Abkürzung tatsächlich nehmen Oh mein Gott Alter was war das für ein Snipe? Das ist der Schlag jetzt Der ist sauer wer auch immer das war Wie konnte ich da niemanden treffen? Wie konnte ich da niemanden treffen? Nein! Was ist das nicht? Das also das ist sehr Sehr viel Pech leider Giga viel Pech Das ist leider brutal Das war echt brutal Chat Oh mein Gott Oh mein Gott das ist echt heftig Das war echt heftig Das war too much auch einfach Eigentlich gut gefahren aber Bis auf das am Anfang ist man nicht so gut gefahren tatsächlich Richtig Richtig Schenk Rippen auch richtig Komm 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 F*** Habe ich ihn? Ich hab Oh mein Gott Oh mein Gott Wie das Mädchen gewonnen Mäli? Das ist wichtig Mäli? 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 Jonas das war asozial Nee 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 Ich hab drei Haben die nicht getroffen? Nein Ich hab einen Pilz an Ich hab einen Pilz Achso Genau Seh ich nicht warum sie den so verschlechtert haben Fast abgewirkt Digger Bitte? Ein bisschen aber nicht entscheidend also nicht so Also früher war ein Stern Eigentlich so Top 3 der besten Geschenke die du bekommen hattest Und jetzt besser eher so ne Ja weiß ich nicht Digger Rakete ne? Rakete, Blitz und Acht aktuell würd ich sagen Acht Acht ist aber mega selten Naja Acht hab ich noch nie gehabt im ganzen Leben Oh mein Gott Ja da kriegst du doch eigentlich alles Also außer du kriegst einen Stern und so oder? Und der ganze Schick Das war ja auch Unigiger das wenn du Wenn du in meine Acht reinfährst mir meine Geschenke klauen kannst Digger Wo hast du meinen Stern geklaut? Nein Das wusste ich gar nicht dass man auf so nem Zug landen kann und dann Boostert Hä? Das wusste ich auch nicht Digga what the fuck du kannst da oben auf dem Zug landen der da fährt Du bist übel schnell dann Och ne blaue Nein 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 Oh mein Ich bin jetzt mal was Gutes Was fasst du mich hier Also was was war das denn? Ne man kann nicht so nacky sein oh mein Gott Ich bin letzter Jungs Perfekt Wir haben Rakete wird auch Digger Ach Digger Ja natürlich Undi Ich mach keinen Platz damit gut Wer liegt da ne Banane hin in die Wiese rein? Wer ist so ein Psycho? Oh mein Gott ich kam hier durch die Abkürzung nicht durch Gönn doch jetzt mal was dickes bitte Mach den Danny du Wichser Ach du Scheiße Ja ich mach mich Ja ich schicht so ein Schock let's go Ja ich schicht so ein Schock let's go Geh der Schicht so ein Schock let's go Wie ist das zum zweiten mal passiert Wenn ich nen Stern in der Hand hab das ist dann Digga fahr doch der hat richtig geschmeckt ist dein herz also ich habe den so lang ausgereizt wo kommt der her unendlich lange habe ich den ausgereizt also das go real schossi danke dir auch viermal für die t1 und ui gut 10 abgibt die habe ich aber vorgelesen mitten im game danke dir purin jockey zörnerpitz ist echt nice liebe die musik musik besser auf der map gut zu fragen an die experten hier wenn man in werbung schaltet die subs sehen die werbung nicht mehr kann zu einstellen aber wie ich dich kenne drückst du ihn voll die werbung rein ich weiß nicht wie das funktionieren das glaubt der arme hoffmacht soll das seit einem jahr aufgriff ich habe gar keinen plan wusste bis vor einem monat nicht mal wie man eine werbung macht mein gott ich fahr auf flawless und bin dann aber letzter das mag ich nicht mal 24 pilze drei pilze digga kann ich vielleicht noch mal was anderes bekommen außer pilze die ganze zeit drei pilze zwölfter digga es ist so lächerlich es ist so lächerlich ich bin zwölfter ich krieg zwei mal hintereinander drei pilze fürchterlich ohne blauer nichts zum abwehren ja und jetzt werde ich hier gefickt weil ich nicht mal irgendwas an meinem arsch kleben habe außer haare es ist zum kotzen kommen wir die attackieren ja stark junge ein kommen hinterher will die kommen bekommen egal dann muss ich auch gar nicht wenig dann geht es ja was er auch hier scheiße und danach auf jeden fall einweiter das ist wirklich günstiger ich habe nur bitte die ganze runde nur das habe ich denn da gemacht die max ist heute eine eine person das ist ein wort ich soll wieder rausgeflogen ich bin rausgeflogen jetzt die kappe mit zwei rennen da kam es eben abgebrochen wir haben vier rennen gefahren das ist der fünfte cup und jetzt noch zwei rennen in den fünften cup punkte gibt es nach dem zweiten rendern als ordinate und ausdruckstiger von mario musiker dann warum ist die rosa mir vorbeifahren so respektlos ich habe ich die blaue weggetrötet wie satis ich hatte diese web die ist so schlecht einfach ganz ganz schlechtes design hier komm schon shake ich möchte wieder mit einer rakete so richtig und wichtig ich bin von drei auf zwölf von drei auf zwölf bin ich top zu sein aber die blue macht mir spaß zu fahren aber ich habe sie nicht gewählt auch wieder nähe ich habe den erwischt let's fucking go er ist so gebrochen er ist so gebrochen chat glaubt ihr wie gebrochen der mann ist das ist eine flawless runde das kann man kassieren weil ich das gesagt habe das war klar dass das passiert deswegen habe ich die banane dort gehalten kommt schon das ist weg digga wer nee pain alter man kann nicht so viel glück haben magst du bist ein wichser punkt du bist ein wichser magst du bist ein wichser max alter was war das denn das geschieht dir so recht er ist gespiegelt alles gespiegelt wer ist abgewürgt jungs seid ehrlich ich weiß nicht ehrlich mir die für schlechten so schlecht eine münze verpisst euch mal was sind das für ukulele typen hier was nimmt ihr da wieder für abkürzungen ihr schweig ja dann hier also so ein crack als wir fahren nicht so gebrochen nein ich versuche das war das letzte mal dass marcel im geld das war ich immer noch an max ja was soll das kommt schon dennis und fixer ich bin geworfen jetzt habe ich nicht mal was soll das denn denn du bist so elendig alter das war einfach nur dreck ich werde so durchgereicht sind das nicht so die hoch ist der geschwindigkeit wie soll ich dir dann eine formel auf nennen oder ich bin letzter ich kenne diese map einfach nicht schauen ist das ist das aller schlimmste wenn man die maps nicht auch pro wer hat mir da eine rote rein echt durchgereicht letzte runde dieser runde das wochen gebrochen gebrochen macht sich weg von mir wer wollte die banane an mich kuscheln seid ehrlich ich werde so durchgereicht ich werde nicht mehr das weiter geht für mich meinen ersten platz doch kann sein wenn ich die ganze zeit letzter werde dann kann ich den naja cool achtung einfach den ersten und rakete was soll das denn ich habe drei bomben mal so irgendwann kommt noch nicht mehr ich schwöre es dir was ist falsch mit dir denkt doch einfach mal darüber nach was ist es ich bin zwölfter und krieg geist fünfter ist okay ist okay für so eine scheißrunde ist das okay zwei karten statt will so lost mickey ich bin auf und zwar weniger jeder kann sich haben wir will aber dennis gefühlt die ganze zeit gemütet ist der denn so gut in dem game dennis gut viel starker ja bruder der scheiß windschack ja scheiß drauf digga hey komm halt die fresse mann erneut gefällt mir irgendwas gutes rot zack direkt auf ja sorry max spielt mario kart halt auch einfach richtig richtig das ist gut der erste runde erste runde 0 wenn du das sorry sorry es ist so schlimm ich kann es nicht sagen ich kann es nicht sagen ich kann es nicht sagen eigentlich habe ich 1000 euro bei mir oh mein gott fledermäuse halten mich auf pain bitte eine einzige art rote die ich habe fertig gefällt ich bin einmal ganz kurz siebter und werde dann viermal so angegriffen dass ich wieder zwölfter bin das bringt gar nichts auf dem siebten xd ach 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 dann es ist so schlimm doch ach mir ach ach was war das denn denn der stern sehe sie das nein nie gar nichts und unterellen ja schnall Aber wieder perfekt, Digga, dann gehen wir mit den Filz und ich bin schneller unterwegs auf dem Scheißstern. Pfff, sauren Filz, Digga, das ist ein... Sidney, den gönn ich dir! Sidney, den gönn ich dir! Nicht so! Nicht so! Den gönn ich dir auch einfach! Nicht so! Nicht so! So! Gut gespielt, Sidney, gut gespielt, du bist ein geiler Typ! Ihr seid solche dummen Arschgesäger, ihr werdet jetzt... Stark, Sidney, Junge! Wie kann man in diesem kleinen Werk eine Bombe hinwerfen? Ich bin gut! Lass uns Augen, alter Typ! Richtig! So gebrochen! Wie hat sich jeder gebrochen ist in der Stimme? Ich bin so unbroken, in meiner richtigen Phase! Spiegel sind bei mir einfach schwindelig bei den Meps, ich weiß wieso, Alter! Ey, da piss dich doch mal! Warum kommst du so in dir? Wo ist Willi hingefahren? Willi, wohin? Auf jeden Fall nicht auf dem 12. Oh mein Gott, ist denn die Abkürzung nicht, weil ich lost bin, weil ich gespielt! Der Typ! Der Typ, hast du welche Abkürzung nicht an? Die war gerade so... Er hat sie nicht gewöhnt! Alter, jetzt weiß ich, wo er gerade lang gefahren ist, das Name! Was ist das? Ich muss hinter mir, Monti, ich werde die ganze Zeit besser so losgehen! Wie? Ja, wahrscheinlich in die Bob... Jungs, was ist denn das? Lass sowas doch einfach bleiben! Ja, was? Ach, Digga! Pilze, 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 Digga! Beine! Ach, Digga! Oh, das ist echt gemeinbar! Pilze, Pilze, Pilze! Oh, nein! Das war perfekt, Digga! You guys will f*** the bomb, man! Ich f*** halt nichts zum Attraktieren, Digga! Nein! Ich sehe niemanden kicken mit Stern! Ey, was? Nein! So eng hier alles! Wirf den in die andere Richtung! Du, 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 du! Ich hab dich gewählt! Digga, er kriegt dich wieder falsch! Nee, der Filmchen! Ich sehe nichts, voll gewichst! Ich bin letzter und kriegt drei Pilze! Der letzte, Bruder! Trust me! Mann, wer schmeißt denn so'n Ding nach hinten? Wer ist so ehrenlos? Nein! Nein! Warum?! Let's f***'n go! Die Pilze haben geknallt, Alter! Boah! Junge, 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 Alter! Monte auf der Elfe! Willi! Kane auf der Elfe! Ey, Willi, das ist big, das Monte hinten ist jetzt hinter uns! Ich bin unbreakable, unbroken! Ja, kurz vor tot! Bruce Willis! Wer ist abgewirkt? Einer hat abgeschissen und zwar das weiß! Willi! Digger! Boah! Mach keine Scheiße, Jungs, bitte! Schlecht gespielt! Okay, komm, komm, komm! Die Runde gerade hat mich gebrochen! Ich bin direkt beim Start zwölf, das verstehe ich nicht! Oh, Lazo, gutes Fahren oder was am Ende? Junge, verpiss dich doch mal! Ich krieg' ein Pilz auf'n letzten! Digger, diese Bombe ist gottlos! Alter, ich hab' noch kein wirkliches Geschenk bisher! Mensch, du, die kurz vor so'ner Rampen eine Banane liegen lassen sind einfach nur ein Fixt-Kinder! Was hast du gerade gemacht? Hab' ich nicht! Okay! Oh, Gott! Digger, genau dann! Ne Banane! Ne, 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 auf'n 5. Was will ich mit der dreckigen Kacke? Digger! 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 Ich chill! Also, ich tag' jetzt Danny auch nicht! Digger, Digger! Er tag' mich! Der Hund! Ich dachte, wir sind so, Danny! Ich sag' jetzt tag' nicht, Alter, der wird frech nach hinten sein scheiß! Nein! Ich fahr' so clean! Sag' mal, seid ihr alle krasser geworden? Nein! Nein! Ich hasse dich, Danny! Digger! Digger, diese Rote! Ach, Jungs, Digger! Mann! Ist okay! Du wichst am Rote! So viel! Ritterloch geworden! Boom! Ich sag' ist okay und der Kacke pulziert mich auf den fünften! Ich komm' nicht klar! Ah, Marcel, Alter! Ich komm' echt nicht klar, Digger! Immer vom Ziel! Immer vom Ziel! Ich komm' nicht klar! Let's go! Geile Map auf! Als Abschluss! Ich mag' ich sehr gerne! Ich weiß, wo man Lampfer muss hier! Bespiegelt! Ach, komm' schon! Ich bin letzter, Alter! Das Ding, glaub' ich, an Solutions! Geil! Grün hab' ich ihn verpasst! Ich krieg' kein Geschenk, Alter! Oh mein Gott! Ey, was passiert hier? Ey, werd' ich durchgereucht! Nee, die und Winnie, wie erwäh' ich... Sind wir mutig? Ey, Junnie! Bruder, das ist doch ein Witz, Mann! Ne, Winnie ist ein bisschen forsch dafür, oder so! Boah, ich werd' wir die so abfangen! Da, der ist da ein Scheiß! Ach! Oh Gott! Komm' hinter mich! Bin jemand reingefallen zu sagen! Ich weiß nicht, wo man langfahren muss! Fuck! Ich hasse gespiegelt so sehr! Nein, nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Ich bin so pisst! Ich krieg' keine Geschenke! Okay, das ist so ein Drängskampf gerade, Alter! Komm' jetzt mal Schicksalsschlag, Alter! Mach' jetzt mal Schicksalsschlag, Alter! Mach' jetzt mal Schicksalsschlag, Alter! Ich! Eine für'n blauen! Digga, ich bin 8er! Ich verliere noch! Ah, Digga! Ich krieg' kein Geschenke! Digga, das war's! Wurdest du überholt, Danny? Digga! Das war's! Ich krieg' wieder keinen Verreiß! 2 auf 12 von wem wollte ich verhaftet? Wir hören doch jetzt mal ein Blitz! Wo will ich denn? Was du? Fick! Warum ging's ab? Du mal? Nein, das Geschenke habe ich's gewesen! Mega, nein! Das ist okay! Das ist okay, Dritter! Das ist durch! Für mich ist okay! Gespiegelt, Alter! Woher steht? Nein, ich sehe! GG's! Es reicht! Mädie gebrochen! Oh, zwischen Danny und Solution ist jetzt echt interessant, ne? Oder Payden muss doch nicht sein, ehrlich! Payden? Einmal die Pumpe zu haben! GG's! Ich glaub, wir haben gewonnen, oder? GG's! 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 Ich hab's schon wieder gesagt! Bitte vorher nicht spoilern, auch wenn ihr's schon wisst! Ein in den Chat! Finalen Ergebnisse! Reeps! Mit 414 Punkten! Erster Platz! GG's! 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 Nice! 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 2. GG Max!